. Royale Hochzeit – kein Balkonkuss von Meghan und Prinz Harry . Es wird keinen Kuss vor der gleichen Kulisse wie bei Herzogin Katte, 36, und Prinz William, 35, geben. Flex-Suit-Darstellerin Meghan Markle, 36, und Prinz Harry, 33, läuten am 19. May die Hochzeitsglocken auf Schloss Windsor. Nach den aufwendigen Vorbereitungen für das Event werden sich die zwei Turteltauben endlich das Ja-Wort geben und anschließend ihre Liebe in der Öffentlichkeit mit einem Kuss besiegeln. Doch wo wird diese Zärtlichkeit stattfinden? Ein Balkonkuss der dann frisch Vermählten ist jedenfalls nicht geplant. Es wäre möglich, das und die Gelegenheit nutzen, sich zu küssen, wenn sie die Kirche verlassen, vermutete der Scharstuck-Fotograf Demrucke in einem Interview mit der Gala. Zwar sei sicher, dass das Paar diesen romantischen Moment nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erleben werde, dennoch habe er Hoffnung auf einen besonders gefühlvollen Kuss, In den Jahren als Fotograf habe ich noch nie so viel Zuneigung zwischen zwei Rolls gesehen. Der Fotograf könne es kaum abwarten, endlich Bilder von der Hochzeit zu schießen. Er lichte besonders gerne die Outfits ab, die auf Anlässen trage. Dabei habe es ihm die 36-Jährige in der Vergangenheit allerdings nicht immer einfach gemacht, dass sie immer Hand halte, macht es schwierig, ein Foto von ihrem kompletten Look zu bekommen, ohne ihren Arm abzuschneiden, verriet er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017